Wer glaubt, AfD und Pegida hätten irgendetwas damit zu tun mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist, Griechenland-Krise oder Flüchtlingskrise, der vertut sich. Das waren letztendlich lange geplante Initiativen. Da gibt es Papiere ohne Ende, die genau sowas eigentlich vorher geplant haben. Und es gibt tatsächlich auch eine historische Parallele, nämlich die konservative Revolution aus den 20er Jahren. Das waren Leute, die waren explizit keine Nazis, waren also keine Hitlerfreunde, die kannten Hitler oft, mochten ihn nicht. Manche wurden sogar später von ihm hingerichtet, weil man sich mit diesen braunen Hemden, mit diesen militaristischen, als Intellektuelle nicht gemein machen wollte. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung, wie man sich heute vorstellt, Gauland gegen die Neonazis. Aber faktisch haben die damals auch faschistisches Gedankengut vertreten. Die haben massiv mitgeholfen, die Weimarer Republik zu desavorieren. Die Demokratie dort anzugreifen. Und interessanterweise sind die Argumentationsmuster fast genau dieselben wie heute. Damals war die Rede von der Slavisierung des Abendlandes, die letztendlich dafür sorgt, dass es 1960 keine Deutschen mehr gibt. Heute ist es die Islamisierung des Abendlandes. Gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die in dieselbe Richtung gehen. Edgar Julius Jung, Arthur Möller von den Bruck, Karl Schmitt oder auch Spengler, Auswald Spengler mit dem Untergang des Abendlandes. Das sind so Sachen, wenn man die heute nochmal liest, erschrickt man, wie viele Parallelen es da zu dem gibt, was heute von AfD und Pegida gesagt wird. Das sind so Sachen, wie viele Parallelen es da zu sehen.